Oh, jo! Oh mein Gott! Hier sind noch mehr, pass auf! Okay, ich rede dann auf jeden Fall gar nicht mehr so viel drum herum und werde das ganze mal auflösen. Moin Leute, was geht? Mein Name ist Chris B. Und in diesem Video soll es um die Auflösung des Gewinnspiels gehen, das ich ja bei 222 Abonnenten machen wollte. Auf jeden Fall. Zuerst mal vielen Dank an alle neuen Abonnenten. Es ist echt krass, wie schnell wir die 222 Abonnenten geknackt haben. Okay, kommen wir zum Gewinnspiel. Kurz vorab, ich werde das ganze auf jeden Fall öfter machen. Also ich kann nur sagen, dabei bleiben lohnt sich auf jeden Fall. Zu gewinnen gab es eine 20€ PSN, Xbox oder Steam Karte. Okay, ich rede dann auf jeden Fall gar nicht mehr so viel drum herum und werde das ganze mal auflösen. Der Gewinner wurde per Zufallsprinzip ermittelt und heißt Terminator Cool 88. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall an dich. Falls sich Terminator innerhalb von zwei Wochen nicht melden sollte, lose ich das ganze neu aus. Okay, soviel zum Gewinnspiel. Ich hänge euch jetzt noch eine Highlight-Folge hinten dran. Falls euch die Stream-Highlights gefallen, lasst doch einen Like da. Okay, in diesem Sinne viel Spaß bei den Highlights und let's go. Ich bin so wie auf der Karte. Das ist echt schwierig, aber ich habe keinen Loot, Alter. Ich hatte so ein Bild-Dingster-Boomster. Bild-Dingster-Boomster. Ich habe so ein Teil gebaut schon schnell. Ich muss halt aufpassen. Ich seh ihn, ich seh ihn, ich seh ihn. Einer down? Ich stehe ihn ab hier, hab ich halt nur noch, ne? Ich habe einen down. Okay, der andere muss da in der Nähe sein. Ja, der ist da auch bei dir. Der andere ist da mit drinnen. Hier unten? Ja, er ist draußen. Pass auf. Oh, yo. Oh mein Gott. Hier sind noch mehr, pass auf. Na? Dann sind wir tot, egal. Pass hinter dir auf. Ja, ich bin One-Head. Pass keine Mission, nichts. Alter. Ja, ich lasse den ganzen Loot hier, gönnt ihr. Oh. Ah! Von hinten. Geh hoch hier, hast du schon was gebaut zum hochgehen? Ja, hab ich. Ja. Ach, der ist da oben, der ist da oben. Ah, der ist da oben, Timo. Die sind da oben. Bau, bau, bau eine Wand. Hast du was gebaut? Ja. Hab eine Wand gebaut, aber wieder 19 mal p-len oder so, ne? Die können nicht so schnell pushen. Komm, mit 5. Ich guck, ich guck, ich guck. Ich hab's den Blick. Das geht gut. Einen hab ich 60 AP abgezogen, also ich hab noch mehr viel. Ja. Ja. Puschen. Können wir uns hier treffen? Ja, natürlich. Er trifft mich one-hit sogar. Er kommt von hinten, von hinten. Hab ihn einmal. Ja. Ja, Pupchakon aus. Hop ihn. Dein Mate kommt auch. Ja, sein Mate. Der Mate kommt auch. Ja, sein Mate. Dein Mate kommt, pass auf. Oh, das neue LMG. Nice. Nehme ich natürlich mit, man kennt es. Oh, hier ist schon mal so weh. Oh, alter, lol. Yo, das ist ja stark, alter. Boah, wie schnell das ging, ey. Ja, alles klar. Ja, alles klar. Perfekt. Der Schottgang von vorne war absolut hart, lach. Hart, lach, lach. Glück, ey. Oh. Ah, ist noch einer. Aua. Komm, ich kann auch schon schauen. Ich hab aber nur gescoped. Potatoed. Ja, die haben heftig Schild, Digga. Einer ist verletzt. Einer ist hier noch, einer ist hier noch. Ja, hier. Hier ist der Verletzte. Oh. Ich kann ihm nicht viel anhaben mit dem AR. Er ist hier, er ist hier, Timo. Hab ihn down. Sehr schön, danke. Oh Gott, danke. Boah, da war doch noch einer, oder? Ja. Okay. Er ist down. Oh, ich bruch die an den Crossbow. Ich wusste, dass das schon wieder killen wird, dass wir nicht zusammengeladen sind. Ich wusste, dass. Komm, den Mate dahinten. Wer war denn das jetzt schon wieder? Wer war denn das jetzt schon wieder? Ah ok, da kam noch einer. Auf Wiedersehen.